Willkommen zurück, Freunde. Weiter geht es mit einer neuen Folge Assassin's Creed. Megamäßig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir befinden uns in Malis. Dort wollen wir den ersten Anhänger des Kultes töten. Oder nicht den ersten, auf jeden Fall unseren offiziell ersten Anhänger töten. Und da gehen wir natürlich immer über die Fragezeichen. Wir befinden uns genau hier. Machen jetzt das Lager weg. Werden dann hier hochstratzen. Hier rum. Dieses Gebiet gehört noch zu Malis. Das würde ich auch ganz gern erkunden und schauen. Vielleicht gibt es da eine Stadt, einen Händler oder, oder, oder. Einfach mal schauen. Doch wir labern nicht zu lange rum. Die Zeit ist kostbar. Wir müssen töten. Ich sollte vorsichtig vorgehen. Da vorne haben wir noch einen nicht markiert. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Du siehst mich doch überhaupt gar nicht. Du kleiner, hässlicher. Wartet mal kurz. Hier lief noch einer rum. Zwei sogar. Okay. Die stehen wie angewurzelt. Versuchen wir mal unser Glück von hier. Da war ein Durchgang. Komme ich auch hier irgendwo rein? Ach, hier unten drunter. Na klar. Ich habe das Gefühl, sobald man dieses Lager betritt, laufen alle los. Alles setzt sich in Bewegung. Oder ist das einfach nur Zufall? Soviel Zeit muss sein. So. So. Die Könige zuletzt eigentlich. Ist da jemand? Der sich gerade in diesem Moment umgedreht. Kommt noch gucken. Das ist schön. Das ist schön. Ich stelle mich mal auf den Posten deines Kollegen. Sperr zu sperr. Das ist nicht wirklich viel. Ich spiele es einfach. Ich weiß nicht. Ah, shit. Shit, shit, shit. Komm, jetzt gucken. Du kleiner, hässlicher Typ. Das reicht nicht. Der wird der beste Spartiag von allen. Okay, dann machen wir es anders. Dann machen wir jetzt Action. Bevor wir lange rumeiern. Das geht ja auf keine Kuh. Ach so. Dann willst du ein Schwert nehmen. Danke, bitte. Oh nein, helle Badefreak. Ja. 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 Geht nicht. Ja. Du trittst. Dann tritt ich auch. Hat den gar nicht beeindruckt. Haha. Ja. 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 Boah, wie oft kann der denn den Angriff machen? Wir brauchen einen anderen Plan. Wir brauchen einen anderen fucking Plan. So, jetzt wie ich da. Boah, die Stelle wieder aufsteht. Das ist ein harter Hund. Das ist ein harter fucking Hund. Vielleicht soll ich mal versuchen zu blocken, ob das funktioniert. Na gut, so funktioniert es nicht. War das dein Brumpfschrei oder was war das? So, jetzt haben wir die Chance in den Staub, nice Unterbuchse und so'n Kackhelm gekriegt. Das Töten wird hier auch nicht mehr richtig bezahlt. Sollte doch noch ne Kiste sein. Wahrscheinlich in nem Zelt oder so. Oder auf den Turm. Oh, die Geier kommt schon. Jede Münze ist hier Gold wert. So, wo ist es? Wo ist die Kiste? Da oben. Nur Schrott bekommen. Absolut nur Schrott. Gut, damit da können wir uns klemmen. Jetzt hier hin. Die alte vom Kult weg rationalisieren. Wenn ich das richtig verstanden habe, bekommen wir dann... wieder einen neuen Hinweis für den anderen. Ich bin gespannt. Gehe von der dreckigen Höhle aus. Die sich irgendwo... versteckt hat. Obwohl, die weiß ja nicht, dass sie gejagt wird. Was ich am interessantesten finde... ob das richtig harte Brocken sind... oder ob die halt so wie Zivilisten sind. Headshot und weg. Das ist das, was mich am meisten interessiert. Wir haben es ja gleich geschafft. Ikaros fliegt schon mal vor. Ich glaube... Das ist vielleicht nicht so einfach wie gedacht. Ein wilder Bär. Gehört der zu ihr? Ich gehe davon aus. Jetzt bringe ich erstmal einen Attentat rein. Ja, sicher. Jetzt, wo ich direkt hinter der bin gleich... dreht die sich um. So. Der Kultist ist tot. Aber erst mal muss ich den Bär wegmachen. Kugel dich rum. In den Staub. So Kultist. Da lieg's in Dreck. Oh, das ist ne coole Bestätigung. Du hast noch viel Schlimmeres. Zeus me. Ein Helm. Yes. Einen neuen Kultist. Ich hab... Boah, was hab ich alles gekriegt? Heilige Kacke. Kultisten. Erstmal gucken wir da rein. Ist ja klar. Ein Hinweis für den Typen hier. Der weise ist ein Mystiker. Verbundene Gegenstände. Beschützt sie nicht vor dem Tod. Wie komm ich an die ran? Wahrscheinlich muss man einfach erst mal weiterspielen und questen. Aber egal. Sie ist weg. Gut. Inventar. Ich bin gespannt, ob wir jetzt was Geiles haben mit dem Helm hier. Ich trau mich gar nicht drauf zu gehen. So, den verschotten wir erstmal. Kriegerschaden. Ja, ganz ernsthaft. Der ist Level 12 hier, ne? Der hat zwar nur Rüstung 80. Aber was hat denn der für eine legendäre? Ah ne, erst wenn der Satz voll ist. Ist doch scheiße. Ich krieg hier nur so... Wie sieht das denn aus, wenn ich den Aufsätze? Naja. Es tut mir leid, Freunde. Ich muss leider bei meinem Held bleiben, weil der andere einfach nur behindert ist. Oder anders. Er passt einfach nicht zu dem, wie ich spiele. So, Alphabär. Was haben wir hier? Der Alphabär muss sterben. Und wieder ein Fragment. Wenn wir so weitermachen, dann können wir die zusammensetzen. Haben wir unser eigenes Symbol. Vielleicht kann ich den Attentaten, wenn er pennt. Kann ich! Der wäre erst fast tot. Ne, ne. Du brauchst dich gar nicht hinstellen. Wehren sind echt lächerlich. Die sind so träge. 22 Leder. Das hat sich gelohnt. Und seit wann brauchen Bär hier eigentlich so einen Kronenleuchter? Vielleicht war das ein Droide. Die drüben hin. Und raus. Gehen wir hier über die Fragezeichen? Ah, sehr schön. Ein Kultist ist weniger am Start. Gut zu wissen, dass sie einfach fallen wie Fliegen. Gezielter Dolchstoß in die Rippen. Und dann gehen die Augen zu. Alter ist das dunkel hier im Wald. Ist das ein Spat-Yard? Ja. Der muss damit alleine klarkommen. What is it? Ja, eine Stadt. Ich sehe fast gar nichts. So, besser. Ich darf hier nicht gesehen werden. Habe ich das jetzt richtig gecheckt? Ich dachte eigentlich, das ist eine Stadt. Aber das ist wohl nicht. Ein Rätsel. Ach, heilige Scheiße. Geht euch zurück, dauert länger. Ich meine, ich weiß gerade gar nicht, was das andere Fragezeichen ist. Nur ein Stück. Ah, das ist das Haus des Anführers. Kann das sein? Jo. Verstehe ich zwar nicht ganz, warum ich hier in der Stadt mich nicht frei bewegen darf. Aber die Herausforderung nehme ich an. Das war keine Absicht. Das war aber klar, ne? Dass sie sich umdreht, sobald ich in ihrer Nähe bin. Okay, wir machen einen Neuanfang. Das hat ja keinen Sinn. Ja, ja. Hau ab. Ihren Dreckspfeilen können die mich mal kreuzweise. Ich hätte jetzt gar keinen Bock drauf. Tschüss. Ich gehe erst hier unten hin. Und was haben die jetzt hier für ein Problem? Die sind alle total auf Aggro gebürstet. Wir brauchen eine Minute, bis sie sich wieder beruhigen, glaube ich. Also ich muss doch mal gucken. Das ist einfach nur eine Drecksstadt. Wieso sind die alle auf Krawall gebürstet? Vielleicht, weil ich ihre Kameradinnen getötet hatte? Ist das möglich? Vielleicht. Ich muss erst mal hier eine... Eine hier töten. Ich muss nochen. stechen wir zu und verschwinden wieder in der dunkelheit rennt die genau in den fall von ihrer kameradin so liebe ich das sollte eigentlich anders laufen ne 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 ihr könnt mich mal kreuzweisen so was von an der poperze küssen ich wollte eigentlich ich fliege wie mädchen und wenn wir nicht über freunde wir müssen ganz schnell hat da wie schnell sind die denn alexius der renner sich davon nicht sauber na dann dachte die kommen ach da steht ein bär echt jetzt das ergibt keinen sinn oder ich meine der fall wird sowas von die stirbt nicht die hat kein helm auf ne ist ja gut einfach die chaos folge Boah, Jemini, ich sterb jetzt. Dann können wir es wenigstens nochmal finden. Nein, Alex, das geht doch hier durch. Okay. Macht das wirklich Sinn, Freunde? Macht das Sinn? Ich meine, das ist eine Stadt. Und da gibt es keine Mission, also keine Kisten oder sowas. Ich glaube, wir sollten uns wirklich nur auf das Fragezeichen konzentrieren und die Rätsel etc. pp. klauen. Alles andere macht keinen Sinn. Also diese Stadt hier abzuschlachten, schön und gut, hätte ich Bock drauf. Ich verstecke mich lieber. Aber ich möchte wetten, das muss nicht sein und ich weiß nicht, ob meine Nerven das aushalten. Die können wir schon mal klauen. Meine. Ich gehe mal kurz hier ins Unterholz. Wo war das Rätsel nochmal? Hier drin. Da ploppt ein Sau auf, ey. Mit ganz viel Glück Spritten wir da rein und spritten wir da raus. Danke. Ich lese es gleich. Erstmal den König hier bestehlen. Scheiße. Ich bin gefangen. Ich muss sie kurz markieren. Ganz toll. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Ohne hier Alarm zu machen. Ohne hier Alarm zu machen. Alexios. Der bewegt sich wie eine Bahnschranke. Kann ich vielleicht mit einem Bogen irgendwo hinschießen? Die ablenken? Na ganz toll. Hat ja super funktioniert. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um unbestimmte Zeit. Okay. Adieu. Ich bin sicher, wir müssen nochmal hier hinkommen. Irgendwann kommen wir hier hin und müssen da rein. Puh. Ziehen wir uns mal kurz das Rätsel rein. Oder natürlich. Wir müssen hier irgendwas in diesem Dorf lösen dafür. Herz und Sohle. Ich bin angeln. Ich musste mal aus dem Lager verschwinden. Du findest mich auf der Spitze eines Fischerspeers. Auf der Insel in der Bucht der Pandora. Also hier. Okay. Sehr schön. Damit kann ich arbeiten. Nächstes Fragezeichen. Hier hin. Man muss ganz klar sagen, diese Feuer-Amazonen, ich nenne sie einfach mal so, sind der absolute Kracher, oder? Das ist das zweite Mal gewesen, dass die mir richtig die Popperze aufgerissen haben. Da kennen die keine Verwandten. Sind die überhaupt nicht zu Späßen aufgelegt? Ein Wülfi. Da haben wir ihn doch. Den König aller Wölfe. Ich will ihn attentaten. An den Wolf anschleichen. Da muss ich mir erstmal eine nachmachen. Da fällt er um wie ein Stein. Danke. Alphatier erledigt. Na, die Fälle hol ich mir aber auch noch. Na, dann halt so. Der schläft. Hat, äh. Keine Ahnung. Dann halt so. Holen wir uns ein bisschen Adrenalin wieder. Irgendwo nicht noch einer. Ach, wir haben beide gelootet. Ja, ich würde sagen, holen wir uns auch noch das. Das sieht aber geil aus, irgendwie. Das ist halt irgendwie was Mystisches, oder? So auf dieser Klippe mit diesem Baum. Es macht ultra Spaß, diese Welt zu erkunden. Ich hätte es am Anfang nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte irgendwie so die Befürchtung, dass es wie bei Origins so irgendwo dahin plänkelt. Aber nein, das haben die wirklich gut umgesetzt. Und ich weiß eigentlich gar nicht, was hier so wirklich anders ist. Aber sie haben es gut gemacht. Dagegen braucht die Fälle. Anhänger des Kriegsgottes. Wieder nur vier Soldaten. Alles klar. Legen wir sie um. Die sehen mich nicht. Schrei noch weiter. Vollidiot. Vollidiot. Ich habe Hinweise entdeckt, weil ich ihn abgestochen habe. Mein Gott, bin ich gut. Ist das ein Kultist? Moment, 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 Moment. Lass mich noch in Ruhe. Ich will mir den genau angucken. Erstmal hole ich die Typen hier weg. Autsch, 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 Autsch. Mr. Pieke. Oder Mrs. Pieke. Ich weiß es nicht ganz genau. Ach, in den Staub. Hier bin ich. So. Ich dachte, die hat eine Maske auf. Die ist echt mies drauf, die alte. Boah, die hat nur diesen Special Move. Die zieht es euch rein. Kannst du auch mal was anderes? Mann. Boah, ist das ein Freak, alte. Anti-Jope oder wie heißt sie? Anti-Lope? Mit mir hast du nicht gerechnet, hä? Blute! Schlampe. Und wieder keine vernünftigen Waffen. Ich kriege nie Waffen. Es ist zum Heulen. Wo muss ich denn jemanden Antrag ausfüllen, dass ich vernünftige Waffen bekomme? Beim Sozialamt oder was? Nein. Alexios. Werf ihn weg. Alter, habe ich ihn gerade einen geilen Bogen gefunden oder was? Ich muss mich öfter besperren. Habt ihr gesehen? Das funktioniert. Wir müssen doch gleich mal die Hinweise checken. Also, Fragenzeichen erkunden. Dann wird man auch hier die Kultisten finden. Geil. Ich sag ja, es lohnt sich einfach. Lauf! Sie rennen immer noch um ihr Leben. Da sind sich alle aufgeknüpft, ey. So. Wir haben was zu beschauen. Und zwar die Kultisten. Wo haben wir? Yes! Aber wie? Oder was? Oder warum? Ich hab den nur abgestochen. Hat der da irgendwas dabei? Oder? Chaos. Zeig deine hässlichste Sicht. Ich folge Demos in die Unterwelt. Und bringe meine Horden mit. Mein kleiner Freund. Anbieter der Blutlinie. Das wird mir ein Vergnügen sein. Ich schau mal, wo der sich befindet. Auf der Karte. Das ist ja immer sehr, sehr nützlich. Ach, hier unten. Naja. Wir verfolgen ihn natürlich nicht mehr. Ab ins Inventar. Oh je. Große Ausspielung. Bogen. Bitte. Der Attentatsschaden ist zwar geringer. Ach ey. Aber die kritischen Treffer und 8% Höchstleistungsfähigkeit schaden. Das ist wie der. Meint ihr, wir sollen das mal ausprobieren? Man hat auch irgendwie gar keine... Gar keinen Bezug. 439 Punkte weniger. Ist das jetzt viel? Ist das jetzt wenig? Ich meine, 8% ist schon eine Marke, ne? Ich muss mich entscheiden. Ihr sagt jetzt, nehm ihn, nehm ihn. Ja, komm, wir rüsten ihn mal aus. Wir rüsten ihn einfach mal aus. Den Schrott können wir verwerten. Hier haben wir nichts mehr. Okay. Sehr schön. Hier haben wir noch ein Fragezeichen. Aber das ist etwas für die neue Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder mit von der Partie seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Schluss und aus. Ich verflüssige mich. Und bin raus. Haus. Haus.